Hi, wir sind hier im Ocean Grill on the Bay, in Batemans Bay. Wir haben hier ein leckeres Mittagessen, so wie ich es gerade schon probiert habe. Fisch und Chips. Wir haben hier einen wunderbaren Ausblick aufs Meer. Und ja, wir genießen einfach das Essen jetzt. Wir hatten hier heute ein wunderbares Mittagessen. Ich habe zum ersten Mal Fisch und Chips in meinem Leben gegessen. Und ich bin hellauf begeistert. Der Fisch war frisch, die Pommes waren knackig. Und wie ihr seht, habe ich meinen ganzen Teller aufgegessen. Ich werde auf jeden Fall wiederkommen und diese Bude ist einfach nur zu empfehlen.